Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde und in diesem Fall auch liebe Sportfreunde. Mein Name ist Sirius und mit dem heutigen Let's Run-Video möchte ich nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit für Sport wecken. Das Frühjahr ruft, die Sonne scheint und ich glaube, viele haben ein vollkommen falsches Bild von Videospielern, von Gamern und so. Man denkt immer, die Leute sitzen nur vom PC rum, hocken nur an der Konsole, fressen Pizza, essen Chips und sind den ganzen Abend allein. Und das Frühjahr kommt einfach, meine lieben Freunde, die Sonne scheint. Es ist Zeit, einfach rauszugehen, Sport zu machen, sich zu bewegen. Und das Ganze möchte ich euch eben in so einer Art Videoblog ab und zu mal näher bringen, indem ich einfach vielleicht alle zwei bis vier Wochen euch mal ganz klein bisschen was über das Laufen erzähle oder was ich gerade so sportlich treibe. Und dafür haben wir hier im Januar bereits bei schönstem Sonnenwetter einige Aufnahmen gemacht am Chemnader See. Das ist so in der Nähe von Bochum und Witten. Und so ein bisschen, das Ganze soll auch so einen kleinen Community-Gedanken haben. Ich werde die nächsten Wochen und Monate immer mal ein bisschen so Vlog-mäßig halt was zum Thema Let's Run erzählen, was ich davon halte, wo ich laufe, wie ich laufe und so weiter und so fort. Und wenn vielleicht der ein oder andere von euch Lust hat, selber das Laufen anzufangen, dann seid ihr natürlich recht herzlich dazu eingeladen. Und im Endeffekt wäre es dann auch so, dass man sich ruhig mal im Sommer gemeinsam treffen kann, dass wir alle zusammen eine Community-Runde drehen. Vielleicht sind wir ja 50 Leute, die dann einmal gemeinsam um den See laufen. Es müssen aber wirklich nicht direkt die vollen 10 Kilometer sein. Wenn ihr anfangen wollt, lauft einen Kilometer, lauft zwei, lauft irgendwann fünf, steigert euch nach und nach und merkt einfach, dass rausgehen und nicht nur zocken tierisch viel Spaß machen kann. Man fühlt sich frei, man tut was für seinen Körper, man tut was für seine Seele. Es ist einfach geil, rauszugehen, zu laufen. Das kann jeder machen, das kann jeder mit anfangen. Also wenn ihr mich fragt, wenn heute bei euch die Sonne scheint, Leute, geht raus, geht eine Runde laufen, macht Sport, fahrt Fahrrad, geht Skaten, macht irgendwas, hängt nicht nur ab. Das wäre meine Message für euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf, mir da in Zukunft zuzufolgen beim Videoblog Let's Run. Ich sage erstmal, danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und haut rein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017